ja hallo meine freunde ich bin wieder da und heute machen wir noch ist dafür brauche ich ein ei kartoffeln mehl am besten ist natürlich grießt noch aber wir haben heute kein grieß deswegen machen wir es ohne grieß und dazu machen wir ein bisschen hackfleisch also noch ich es mit hackfleisch ja das war es schon so wir haben hier unser ei davon nehmen wir nur natürlich das eigelb ein eigelb dann drei die große esslöffel mehl ja normalerweise jetzt noch drei esslöffel grieß aber wir machen drei richtig große esslöffel mehl so und jetzt wird das alles noch mal durchgeknetet einfach nur eine masse nebenbei noch mal wasser aussetzen lockys sind eigentlich das einfachste der welt so ich hab hier eine schale mit wasser mache ich meine hände nass nehme ich mir so ein bisschen hier raus muss ein kübelchen da raus und dann hat man das typische gnocchi muster hat einfach einmal mit der gabel so reinpixen und dann muss man die da reinmachen ich meine sie müssen ja nicht genauso wie gnocchies gnocchies ob ich das wort mag das gar nicht so und das machen wir jetzt gnocchi für gnocchi die ganze zeit man sieht sobald die weit nach oben kommen und oben schwimmen so wie der dann kann man die schon rausnehmen aber man kann die auch einfach drinnen lassen so das schadet jetzt nicht also ich würde mal so 10 15 stück machen fünf minuten warten und dann wieder rausnehmen das sollte noch vollkommen reichen bei dem kochenden wasser das ist ja nicht viel drin das sind ja nur bisschen mehl und kartoffeln so unsere gnocchies sind jetzt hier die erste portion die sehen super aus ich schwimmen alle oben hier nehmen kaltes wasser direkt legen hier und abkühlen lassen soja ich habe vergessen zu sagen für das hat fleisch eine zwiebel nehmen wir die machen machen wir ganz grob gehackt einfach nur so einmal die mitte oder noch mal hier so und dann einfach hier kommt unsere zwiebel rein so und hier unser hartfleisch ich habe gemischtes genommen und jetzt hier 500 gramm aber so viel braucht man gar nicht brauchen vielleicht so viel das reicht vollkommen ich mache das jetzt rein weil ich das gerade gesehen habe dass ich das im kühlschrank habe und ich mag das gerne dieses tomatige ich habe noch ein bisschen passierte tomaten ich möchte auch noch einen schuss rein das reicht schon nur für aroma also wie man es mag man kann zucchiini man kann gemüse möhren und dann brokkoli man kann alles eigentlich jetzt hier reinpacken was man will und auch wenn man Hunger hat dann kommt hier die Gnocchies jetzt rein so alles ein bisschen miteinander verrühren und ja eigentlich ist jetzt das essen im prinzip fertig schon so unsere Gnocchies sind fertig das sieht schön lecker aus ich danke euch fürs zuschauen und ja ich werde jetzt dieses gericht genießen so 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 so